Schreibt rein, 150.000 Seiten. What? Moritz, wir haben gerade 110 Euro raus. Von VHS kostet der Haut 11,36 Euro raus. Dankeschön. Let's go, Leute. Die Biggies sind heute auf unserer Seite. Und Mr. Stein haut 50 Euro raus. Was geht denn ab? Dankeschön. LOL. Mit dem Alpha-Stein-Profil, Bitch. Großes Dankeschön geht raus, Mr. Stein. An die 50 Euro, Bro. Was geht denn ab bei dir? Leute, Leo Crofter droppt auch ein Abo. Leute, Leute, Leute. Abo gedroppt hat. Viel zu heftig. Ich habe die Tür zugemacht. Wow. VHS haut noch mal 22 Euro raus. Dankeschön. Was geht denn ab, Leute? Leute, er hat uns halt einfach durch die Tür abgeschossen, aber der Leck war auch absolut da, Leute. 150.000, Alter. What? Moritz, wir haben gerade 110 Euro raus. Was geht denn ab? What the fuck? Oh mein Gott. Er haut einfach 110 Euro raus. Was geht denn ab bei dir, Bro? Dankeschön. Alter, ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch. Oh, ich habe eine Pump. Das könnte ich auch raus. Und Klopapier-TV haut auch noch mal 10 Euro raus. Dankeschön. Wow. Leute, was geht denn ab? Was geht denn ab? Soll ich die Chippe öffnen? Und Leute, haut 11 Euro raus. Was geht denn ab, Leute? Was geht denn heute ab, Leute? Große Sankte, hier draußen. Wöchtern an die 11 Euro. Generell an die ganzen Benetens schauen, Leute. Viel zu heftig, was heute schon gespendet wurde, Leute. Das sind die Gefährdekten, Leute. Und Mr. Stein haut noch mal 50 Euro raus. Was geht denn ab? Wow. Kannst du mich adden, PSM-Pio-Unterrichtsreue, weil du auch gehst. Dankeschön, Mr. Stein, für die 50 Euro. What the fuck? Leute, wenn ihr wollt, kann ich gleich noch mal meine Freunde auf öffentlich machen. Dann könnt ihr mich gerne adden, Leute. Und, ähm, würde mich auch freuen. Mal. Da kommt der Gloss. Und Mr. Stein haut noch mal 50 Euro raus. Wow. Was geht denn ab bei dir? Dankeschön. Alter, Leute, was geht denn ab bei Mr. Stein? Alter, boah, was geht denn ab bei dir? Großes Dankeschön. Warte, was hat er dazu geflogen? Und, der, der, der... Und Dankeschön. Okay, Leute, äh, Heavy Sniper. Ich weiß, dass unsere Sky jetzt weg ist, Leute. Ich weiß, sag, dass er auch an Eachine intercept. Deutschland ist in unserem Glück. Alles klar? Was ничего? Oh, äh, Gott.